Die Quest ab Sobald man hier hochkommt, ist die FPS-Kacke Das gibt's doch nicht Es sieht schon Hammer aus hier Nur Könnten sie was an der FPS tun Hallo Oh Oh, schönes Ding, schönes Ding, schönes Ding Mal schauen Oh ja Die nehmen wir natürlich So, Rückwärtsgang Und da oben sein zum Abgeben Hallo Hallo Ja, nein, nix sagen Will abgeben Oh, direkt hier Einmal Zweimal Dreimal Was für eine unnötige Quest das doch ist Und dann sollen wir sie Ach, wir müssen hier irgendwie irgendwas tun Ähm Launch the pink Irgendwas Und launch, 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 launch Was bist du denn? Bist du mein Freund? Da gibt's doch nicht Doch, der hat geklappt Und der Äh, was soll denn das darstellen? Ach, das kann man so hart wie möglich, genau Jawohl So, eine Sache fehlt noch Und zwar Der, ähm Hier Des Dingens Wenn ich das Summer watermelon Geil Aha Pink Das da Ja, das können wir Das dann so mittelmäßig Schlagen Und dann Haben wir das auch So Zack Gut Alles klar Haben wir gemacht Und nun Da nicht abgeben Na gut Wo dann Marsch der Welt dahinten Okay Ach, Quatsch Voll tut das So, wir rennen jetzt hierhin Ja, ja Ich weiß Sie wollten uns töten Und ermorden Und was weiß ich noch alles Schweine Hallo So So Und zwar Und zwar Da hinten können wir Eine abgeben Hier können wir Eine abgeben Hier können wir Eine machen Da unten können wir Welche machen Also wir haben genug Zu tun Meine lieben Freunde Oh, die Dicken Hier töten Na gut Dann wollen wir Da ran Ne Zack Zack Oh, was macht der hier So, ich bin, äh Du bist tot So, ich glaube Da dürfen wir So ein paar Stück töten Hehehe Ah komm, stirb Hehehe Man kann sich längst noch ein bisschen heilen. Na komm, renn vorbei. Ey, der erfunden hat mich. Okay. Wow, das erste Steak. So, komm her. Aua. Oh, was geil. Vielleicht ist das ja gut. Müssen wir gleich mal gucken. Oh, ey. Entschuldigung. Eigentlich bin ich schon leer, der Kerl hier. So. Das grüne hier. Schlecht. Ist das denn jetzt wirklich möglich? Ich kann da eine Hand anziehen. Kann ich jetzt auch noch eine eine Hand anziehen? Das wäre ja cool, wenn das jetzt gehen würde. Ich glaube zwar nicht. Diabolo-like mit zwei dicken Dinger da rumrennen. Wie ein Krieger. Ja. Ja. Die FPS ist immer noch im Keller. Ich gehe dort überhaupt nicht besser. So. Ich habe da ein bisschen was eingestellt an meiner Leitung und so. Und jetzt läuft das schon ein bisschen besser. Ähm. Warum schickt der uns jetzt da hin? Wir müssen doch erst hier oben den Scheiß machen. Ah ja. Was seid ihr denn für Viecher hier? Zack, zack, zack. Oh, die geben aber direkt viele. Gut. Na ja gut. War ja auch klar, dass ich keine 80 Stück davon töten muss. Was macht der da? Okay. Ein Schwein. Den kann ich aufheben. Hallo Schwein. Äh. Was ist das denn? Wann habe ich das denn? Wann habe ich das denn? Neu anscheinend dazugekommen. Es war auch nicht nur unsere Liste. Darum haben sie uns wahrscheinlich direkt reingezogen. Und das direkt kriegen. Gleich mal gucken, was das genau macht. Es blendet anscheinend Gegner. Was genau ist er beim Prägen? Das weiß ich noch nicht. Das werden wir dann sehen. Ja. Sobald es natürlich erst wieder ready ist, ne? Wir haben keine Chance! Sehr gut! Fertig! So, da sitzen Chil-Di... Oh! Absoluter Leck gerade. So, wir müssen jetzt die Schweinchen finden. Die laufen hier irgendwo rum. Da ist ein Schweinchen! Aber erst den töten hier. So, jetzt fleckt der Diener. Leidlich schon, ne? Hallo? Smelly? Also stink, ne? Da ist der... War der letzte? Was haben wir denn hier überhaupt? Was ist denn das hier? Eine Quest! Ne, keine Quest, eine. Das interessiert mich jetzt mal. Da-dan, 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 da-dan! Sieht aber cool aus hier. Der Pfad der Tausend Treppen. Der Pfad der Tausend Treppen. Oder der Wundert Treppen. Der ist halt cool. Was ist ein Weg, das hier nach oben ist? Dabei sieht es doch noch cool aus hier. Hallo? Wo sind wir denn jetzt hier? Ah, wir sind schon in dem anderen Gebiet. Äh, da wollen wir ja nicht hin. Aber ich wollte jetzt mal unbedingt gucken, wo es hier lang geht. Wir sind relativ hoch. Na, da, 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 da! So, jetzt sind wir gleich wieder unten. Und da ist das letzte Schweinchen. So, da kämpft schon einer gegen den. Wo seid ihr? Hallo. Oh, ein Totem. Da kämpft noch einer gegen den. Ah ja, da ist einer. So, was blendet das jetzt? Achtung und zack. Ja, hat ja gut funktioniert. Gut, jetzt gucken wir nochmal hier. Ja, die wandern desorientiert dann rum, steht da. Aber es sah jetzt ja nicht wirklich so aus. Als wir sie irgendwie auch nur anlernen. Desorientiert hier rum, Reni. Ah, gut, sehr gut. Wir haben alle vier. Wir brauchen auch mal wieder hier. Buff habe ich total vergessen. Zack.